und hiermit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge youtubers live viel spaß beim zusehen und das schwer ist da immer noch negativ ich weiß nicht bleiben bleibt es aber möchte ich als mitarbeiter bitte einstellen ja danke ich sollte auch ein paar spiele kaufen sag ich mal was du kannst dann ja mit den 100.000 wird erst mal nix glaube ich muss warten bis irgendwer fertig ist ok erst mal wieder geld ausgeben so irgendwie mal egal vielleicht probiere ich noch mal einkaufen weiter ein paar neue veröffentlichungen einmal das dann auf idea gab es da noch was ich möchte den ganzen laden kaufen jawohl ich habe den ganzen laden glaube ich gekauft ich weiß nicht warum aber ich wollte es unbedingt machen und dann das auch noch mal ja jetzt fängt es wieder an dann zeig mal her jetzt bin ich komplett müde danke ich warte halt bis nach dem walkthrough und dann ich habe keinen bock auf dem was du mal auf das was du willst warum habe ich eigentlich immer nur zwei spiele ich weiß nicht ob das was bringt aber versuch es ich hätte doch spiele gekauft hallo ich muss warten bis dann ja irgendwas hallo ich habe echt keine ahnung warum hallo ich hatte doch spiele bestellt da jetzt darfst du video aufnehmen boah die workstation 4k auflösung ja ich lasse es mit den titeln mache ich dann auch nochmal ein video ja dann muss ich auch dann machen verbessern auf automatisch ja hier ja danke so er zeigt das ergebnis hochladen zwei stunden ja ich mag das mit dem netzwerk nicht so was habe ich denn hier noch alles was habe ich denn hier noch alles erst mal eine halbe stunde irgendwie da noch rum klicken so geht doch jetzt könnte man weiter dann ein bisschen was machen hochladen wenn ich das alles aufgerüstet habe bis zum geht nicht mehr dann gucke ich dass ich hier 100 dinge sparen das geht gut alles sauber das wollte ich jetzt nicht ich bin zurück du bist noch nicht mal rausgegangen okay gut ich muss aber ein bisschen aufpassen dass ich nicht zu viel kaufe weil es sonst ein bisschen knapp wird vom geld deswegen lasse ich das jetzt auch einfach mal dann zeig mal her da warte mal mission wenn es mit deiner unterstützung wahrscheinlich das okay dann war es das dann aber auch wenn ich kann die krawatte aber langsam weg machen nervt jetzt schon beim spiel aufgabe abgeschossen okay na weiter geht es glaube ich vom level auch gar nicht es steht komm zeig was da ist willkommen auf der position von paypal lightning das ist ein adventure spiel und wir werden für honey place 3 raus bringen in den primis bekommt das spiel in wert von gut game wird im april ja irgendwas toll perfekt vor allem weil ich einmal nein gesagt zu jemanden in dem mir irgendwas verkaufen wollte ich erst mal 150.000 abonnenten also weg weg dass das das ist schon deine monatliche vergiss nicht dass du das im barrieren profilfenster machen kannst was für familien profilfenster das willst du auch im gameplay okay dann einmal für die presse posieren und abhauen das genug ja ich bin doch noch 32 geworden es geht aber ziemlich schnell muss ich sagen ja bitte irgendetwas mit ja für das erfüllen wie es hier auch monatliches geschenk wird ich habe einfach keine ahnung aber ich denke mal dass wir es erst mal gewesen sein ich speichere das einmal ab und ich bedanke mich fürs zusehen und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten mal wieder bis dann so das war es mit youtubers live ich bedanke mich fürs zusehen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten mal wieder bis dann ich bedanke mich fürs zusehen und ich habe schon auch geboten